Herzlich Willkommen zum heutigen Video und das wird jetzt ein Review oder ein Tutorial zu einem E-Book besser gesagt zu zwei E-Books die ich mir vor kurzem gekauft habe. Ich bin mehr oder weniger zufällig darüber gestolpert aber der Titel war äußerst interessant und das hat mich wirklich interessiert. Dieser etwas schräge Titel dieser Bücher heißt Klasse Sachen zum Kasse machen. Also man weiß ja sofort worum es geht und da gibt es zwei Bände und das hat mich natürlich sehr interessiert. Ich dachte mir jetzt gucke ich mal was da alles so enthalten ist und ich war ganz überrascht. Es geht hier nämlich tatsächlich um verschiedenste Bereiche wo man entweder verdammt viel Geld sparen kann wo man auf einfachste Weise Geld verdienen kann dann sind aber auch hier viele Möglichkeiten drin wie man sich richtig selbstständig machen kann mit Dingen wo man eigentlich keine Ausbildung braucht sondern die man einfach nur umsetzen muss und an die man noch nicht gedacht hat. Dann ist da auch viel für Spieler drinnen und die Lotteriespiele machen und so weiter viele Tricks. Also toll kann ich nur sagen und ich möchte jetzt ein paar Dinge dazu zeigen. Also ich muss ganz ehrlich sagen es sind auch viele Dinge drin die ich jetzt nicht umsetzen würde ganz einfach weil es nicht zu mir passt da tut es aber später. Ich zeige jetzt mal wie das so aussieht also wie gesagt das ist hier die offizielle Verkaufswebseite den Link falls ihr die dann auch erwerben möchtet finden sie dann unten in der Beschreibung. Aber so sehen jetzt mal diese zwei Bände aus das sind E-Books und die bekommen sie dann ganz einfach per PDF zum Download geliefert zeige ich ihnen auch noch wie das aussieht. Aber jetzt gehen wir hier mal zu dem Inhalt also der Inhalt ist hier sehr transparent man sieht wirklich jedes Thema das hier behandelt wird in diesen zwei Büchern hier aufgelistet. Also wirklich eine tolle Sache und ja das können Sie sicher dann selber auch mal ansehen ich möchte jetzt nur auf die Dinge eingehen die mich wirklich begeistert haben. Also zum Beispiel wo ich mir sicher was rausziehen werde und wo ich eigentlich beleidigt bin dass ich das nicht schon viel früher kennengelernt habe das sind diese lohnende Geldverdienste vom Schreibtisch aus. Also da sind wirklich zwei Dinge drinnen da muss ich mich wirklich ärgern dass ich das noch nie umgesetzt habe weil gehört hätte ich schon davon aber leider nie damit befasst weil es zu wenig interessant war war ein großer Fehler also werde ich ab jetzt umsetzen das ist echt echter Hammer dann ja sind natürlich auch so Dinge drin wie steuerfreies Einkommen durch Betteln da gibt es Tipps ich meine das würde ich nie machen keine Frage Sie können ja dann selber lesen wenn Sie gerne Auto fahren bis 25.000 Euro pro Kfz Überführung also wer wirklich gerne zum Spaß mit dem Auto rumfährt und ich kenne solche Leute in meinem Freundeskreis die sollten sich das unbedingt mal durchlesen. Echter Wahnsinn was man damit verdienen könnte dann ist auch 1000 Euro für einen speziellen eigenen Körpersaft das ist auch unglaublich davon habe ich noch nie was gehört aber da bekommt man tatsächlich nur fürs da sitzen richtig gutes Geld da muss man nichts weiter tun auch das wird ziemlich gut beschrieben ja unglaublich dann geht es zum Thema Geld sparen also wer gerne Markenkleidung trägt der erfährt hier in diesem Bereich zum Beispiel wie man Boss Adidas und so weiter und noch viele weitere Marken die hier aufgeführt sind wie man die ganz einfach auf einfachste Art und Weise zu einem absoluten Spottpreis bekommen kann völlig legal es darf nur nicht ja ich will jetzt gar nichts dazu verraten ich kann jetzt eigentlich nichts mehr dazu sagen sonst wissen Sie wie es funktioniert man kommt einfach nur nicht drauf hier ist alles beschrieben und völlig legal also diese Markenartikel bis zu 70% billiger unglaublich sage ich jetzt mal nur dann sind auch ganz viele Tipps hier zu trennen rund um den Haushalt wie man da sparen kann wie man wie zum Beispiel Rentner echt Rentner fürs auch wieder beinahe fürs nichts tun so an die 600 Euro Pension dazu bekommen lebenslang also für jeden Lebensbereich für jeden ist hier etwas drin echt eine klasse Sache dann ja was haben wir hier noch was mich begeistert hat rund ums Auto ok da habe ich das hat mich jetzt nicht so weil ich bin nicht so ein Autofan interessiert mich eher nicht aber hier spielen und wenden also hier kann ich nur sagen ich bin absolut kein Spieler ich verachte das Lotto spielen muss ich ganz ehrlich sagen ich halte nichts davon aber das machen Millionen Menschen und ich kann nur eins sagen dieser Punkt hier Moment wo ich sie jetzt die Lotterie denen auf Wunsch ihre Einsätze rückerstattet wer das liest dieses Kapitel und regelmäßig Lotto spielt oder sagen wir mal so wer weiterhin trotz dieses Artikels weiterhin in Österreich und Deutschland bei irgendeiner Lotterie teilnimmt dem gehört das Gehirn rausgenommen also der ist wirklich dämlich wenn er nach diesem Artikel das weitermacht es gibt nämlich eine Lotterie wo erstens die Gewinnchancen viel viel höher sind und wo man tatsächlich die Einsätze zurückbekommt wenn man das denn möchte und ja man kann quasi bei dieser Lotterie nichts verlieren nur gewinnen hier erfahren Sie wie das ganz einfach geht ja wie gesagt wer dann weiterhin in Österreich und Deutschland Lotto spielt dem kann eigentlich nicht mehr geholfen werden so sage ich jetzt mal weiter dann noch so allerlei Tipps und Tricks das können Sie sich ja dann alles mal ansehen ob da etwas interessantes für Sie noch dabei ist ja das ist jetzt die das ist jetzt das Band Nummer 1 Band Nummer 2 da sind dann noch viele weitere Punkte drinnen wie Sie sich selbstständig machen können das geht dann näher auf diese Existenzgründungen für ganz ganz kleines Geld und mit großen Renditechancen wo Sie wirklich viel Einkommen machen können für Dinge wo Sie keine spezielle Ausbildung eigentlich dazu brauchen muss eben nur dahinter kommen. Eine tolle Sache das zeige ich jetzt gar nicht mehr weiter dieses Band 2 und ja ich habe mir eben gedacht 18 Euro da kostet ein McDonalds Besuch teilweise mehr das verrauchen mittlerweile fast einige Leute am Tag also da habe ich mir gedacht da geht absolut nichts schief die Investition die hole ich mir ja 100 Mal rein das weiß ich weil nur mit zwei Tipps die ich anmengen werde weiß ich dass ich das ja wenn nicht öfter wieder rein hole echt eine klasse Sache ich zeige Ihnen jetzt noch wie Sie das geliefert bekommen ich habe hier meinen Ordner Sie sehen hier das sind einfach diese zwei Bände bekommen Sie per PDF die klicke ich jetzt mal an dass Sie sehen dass ich das auch wirklich gekauft habe und nichts erfinde. So Sesam öffnet sich. Es dreht sich und dreht sich. So jetzt ist es da. Ok jetzt funktioniert es jetzt hole ich hier runter Sie sehen hier die Einleitung und nochmal dann diese ganzen Kapitel mehr zeige ich jetzt nicht denn das könnten Sie ja schon lesen und das möchte ich darum ja nicht weiter jetzt hierher zeigen. Ja das war es jetzt dieses Tutorial eine ganz klare Kaufempfehlung 18 Euro das tut glaube ich niemandem weh und wenn Sie nur eins von diesen Dingen umsetzen dann haben Sie das bei den meisten Punkten viel mal wieder erinnern also überhaupt kein Grund das nicht zu kaufen habe ich mir zumindest gedacht und ja gut wenn Sie es jetzt erwerben wollen unten in der Beschreibung ist der Link drauf klicken dann können Sie sich das selbst dann sehen und ja wir sehen uns im nächsten Video das war es wiedersehen.